10.11.2019. Fieses Brandgeruch. Ich komme gerade vom Arbeiten. Ich kriege gleich wieder Kopfschmerzen. Guckt euch das an. Aber das Geilere ist, da vorne ist ein Kindergarten. Da laufen Kinnis rum. Und dieses Scheißding kann hier vor sich hin rauchen. Das ist doch unglaublich. 51 Anzeigen und keiner stört sich drum. Ich habe Eltern gefragt, wo es im Sommer mal offen war. Die haben gesagt, ach mein Kind ist noch eine Woche da. Ist nicht so schlimm. Guckt euch das an. Fieses Brandgeruch.